Hi, ich bin Robert und heute mit Rotwein, Ledermode, Dracht in Schildach. Ich bekomme heute einen Einblick in den Ausbildungsberuf des Einzelhandelskaufmannes beziehungsweise der Einzelhandelskauffrau. Kommt mal mit. Hi, ich bin Luisa, ich bin die Auszubildende hier und du arbeitest heute mit mir. Ich habe einiges für dich zu tun. Cool. Luisa bindet mich direkt in das tägliche Geschäft mit ein. Dazu gehört, dass Ware gesichert und im Verkaufsraum platziert wird. Außerdem kann ich mich bei meinem ersten Beratungsgespräch unter Beweis stellen. Dabei gibt es wohl noch einiges zu lernen. Wenn man bei Trautwein arbeitet, darf man sich direkt als vollwertige Arbeitskraft fühlen und ein tragender Teil des Geschehens sein. Das Besondere bei Trautwein ist, dass hier nicht nur alltägliche Mode für Damen und Herren verkauft wird, sondern auch Trachtenmode. Und obendrein gibt es eine Leder-Lamm-Fellabteilung. So, das war mein Tag bei Trautwein, Leder-Mode, Tracht. Ich hatte viel mit Menschen zu tun. Ich habe einen Einblick in Mode und Trachten bekommen. Insgesamt herrscht hier ein sehr familiäres Umfeld. Und die Tätigkeiten sind sehr vielfältig. Bewerbt euch jetzt bei Trautwein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.